Ah, also schauen wir uns die Zinsschuld an. 50.000 Euro bei 6% und Laufzeit 5 Jahre. Das geht jetzt ganz, ganz schnell, weil die Zinsen im ersten Jahr sind wieder die 50.000 mal die 6%. Das kann ich eigentlich gleich verwenden und nach unten ziehen, weil die Zinsen bleiben jedes Jahr gleich. Wieso? Das Einzige, was ich zurückzahle, deswegen die Annuität, sind genau die Zinsen, genau die 3.000 Euro, genau die 6%-Zahl zurück. Somit komme ich auf eine Tilgung von Blix. 0 Euro wird von meinen 50.000 zurückgezahlt. Ich zahle nur die Zinsen zurück, deswegen nennt man das Ganze auch Zinsschuld. Und die nächste Zeile schaut wieder so aus. Die nächste Zeile schaut wieder so aus, weil ich wieder genau von den 50.000 Euro, 3.000 Euro Zinsen habe. Ich zahle wieder nur die Zinsen zurück, sprich meine Annuität zahle wieder nur gleich hoch wie die Zinsen. Meine Tilgung ist wieder 0, meine Restschuld ist wieder 50.000. Also es ändert sich nichts. Es ändert sich auch nichts in der nächsten und in der übernächsten Zeile. Zinsschuld bedeutet Annuität gleich Zinsen. Ich zahle immer nur die Zinsen zurück. Die letzte Zeile wird interessant. In der letzten Zeile sollte als Restschuld 0 herauskommen. Das heißt, was muss meine Tilgung sein? Meine Tilgung muss logischerweise die ganzen 50.000, muss ich auch noch zurückzahlen. Das heißt, ich muss nicht nur die 3.000 Euro zurückzahlen, jetzt für Annuität wieder gedacht, sondern eben auch die Tilgung 50.000. Also in Summe, ich schreibe es jetzt mal umgekehrt her, muss ich Zinsen und Tilgung als Annuität ausgeben, damit zum Schluss wieder die 0 Euro Restschuld übrig bleiben. Wenn man den kompletten Tilgungsplan für eine Zinsschuld anschaut, sieht man ganz schön, Annuität und Zinsen bleiben immer gleich. Tilgung macht nie was aus, weil von der Restschuld nie was weggegeben wird. Und erst ganz zum Schluss im letzten Jahr wird eben auch die 50.000 Euro zurückgezahlt und dann hat man wieder eine Restschuld von 0.